Awe Gottschi, und wenn du dir jetzt denkst, äh, was will denn der jetzt mit dem Scheiß von mir? Ja. Mit sowas kannst du eh nicht Geld machen. Ja, dann sag ich dir doch, oh doch, wenn du dir mal den Spaß hier anguckst, ne? Vor, ja, vor ein paar Tagen war der Spaß hier noch bei 8 Millionen herumgegimmt. Und jetzt, Achtung, wupp, 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 wupp. Bam. Auf, äh, 82 Millionen, wenn ich den Punkt mal treffe, 85 Millionen ist das hier hochgeklettert. Hä, ist schon heftig, oder? Für so ein Tamagotchi-Spiel, ja? Falls ihr es von früher kennt. Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen eingependelt hier. Kann natürlich noch sinken, aber es kann, äh, natürlich auch noch steigen. Äh, wenn ihr euch fragt, was ist denn hier? Äh, Avagotchi. Also, wer ein gewisses Alter hat, irgendwo, der hat ja bestimmt schon mal von Tamagotchis gehört. Das sind so kleine Kreaturen gewesen, die man auf so ein, ja, so einer Gerätschaft, die man mit sich überall mitgeschleppt hat. Also, wie das Smartphone so heutzutage, ja. Ja, da könntest du dein Vieh füttern und Spaß mit dem Ding haben und sonst waschen, ja, essen, füttern. Ähm, du kannst die Avatare dann eben collecten. Du kannst sie auf so einer gewissen Börse kaufen, ja, auf so einem Portal. Du kannst dann diesem Vieh einen Namen geben, der dann eben unique ist, den kannst nur du haben, ja. Und du kannst den Seltenheitswert erhöhen, indem du, äh, Wearables, also Ausrüstungsgegenstände ausrüstest und damit dann auch XP sammelst. Äh, du kannst den Verwandtschaftsgrad deines Avagotchis erhöhen, indem du mit ihm interagierst. Und du kannst abzeichnen und Trophäen sammeln, die deine Avagotchis dann für immer behalten werden. Und, äh, sowas war früher schon Kult. Und im Cryptospace lebt sowas einfach nochmal auf. Und es gibt genug Leute, ich meine, im Cryptospace haben wir halt auch irgendwo dann so ein mittleres Alter. Wo wir das halt eben noch kennen. Und das für viele Leute dann doch schon sehr alte Erinnerungen sind, nostalgische Erinnerungen, die man dann auch damit wieder ausleben möchte. Ich finde das extrem cool, ich bin ein großer Fan von so etwas. Ich habe jetzt auch schon nach Videos geguckt für euch, aber ich habe jetzt gerade nichts gefunden, äh, wo man das jetzt irgendwie sieht. Aber das ist halt schon, ihr seht es ja hier, so ein bisschen minimalistisch irgendwo gehalten, ja. Aber das, das reicht, das ist süß, das ist vollkommen okay. Also Frauen vor allem werden darauf wahrscheinlich absolut abfahren, wie man halt auch an der Entwicklung sieht. Und seid nicht immer so harisch mit, ähm, mit irgendwelchen Abstempelungen von irgendwelchen Spielen oder NFTs. Ähm, das ist das, was halt wirklich richtig krass im Kommen ist und, äh, nicht mehr aufzuhalten ist. Deswegen habt Respekt vor, äh, solchen Projekten, die innerhalb von wenigen Tagen einfach mal 10x machen können. Äh, da könnt ihr ordentlich Profit mitnehmen und könnt mit so einer App auch wirklich viel Spaß haben. Wenn ihr sowas immer so früh wie möglich erfahren wollt, dann könnt ihr ein Patreon von mir werden. Und du hältst dann immer die neuesten Informationen, Tipps und Einblicke, die dir dann helfen, eben dein Vermögen zu vergrößern und anderen deutlich voraus zu sein. Du kannst dir dann Stunden an Forschung sparen und, ja, kostspielige Spieler, äh, Spieler, äh, Fehler vermeiden. Äh, ich gebe dann wöchentlich immer einen Bericht aus über kommende Token-Starts und da ist halt das größte Geld zu holen, äh, Trending-Coin-Analysen, äh, die Top-Nachrichten, die dann auch den Markt beeinflussen und auch bevorstehende Ereignisse, die du im Auge behalten solltest und auf keinen Fall verpassen solltest. Okay, das soll's, äh, für das Video gewesen sein. Meinen Patreon-Link findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ciao!